Musik Servus, euer Chris in Geschwindigkeitsrausch. Wie ihr sehen könnt, habe ich den Schwalbe Marathon plus EMTB Reifen. Den habe ich jetzt genau zwei Jahre und bin über 8000 Kilometer mit ihm gefahren. Insgesamt bin ich bei über 10.000, könnt ihr jetzt hier sehen. Und ich bin mega zufrieden mit diesen Reifen. Wenn ihr jetzt sehen könnt, kaum ein Abrieb bei so vielen Kilometern. Ich bin mega zufrieden mit diesen Reifen. Holt euch diesen Reifen, kann ich nur empfehlen. Den kann man auf jeden Untergrund fahren, den es gibt. Den könnt ihr jetzt gleich im Anschluss sehen. Und wie gesagt, mega zufrieden bin ich mit denen. Ja, dann sage ich ja mal, viel Spaß beim Video. Euer Chris in Geschwindigkeitsrausch. He FRKL Und wie wie gesagt, finish am nie. Ja sagt, ja, es要tsschau' aus. Oh kohol! Ich based auf jeden Fall, sollte man ja auch unter и didekись Esper geboçt werden. Ja, das ist das Thema. Jetzt aber wobei ich mit dem Fleck, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020